Herzlich Willkommen, liebe Podcast-Freunde, zum Deloitte Future Talk, dem Podcast, der sich mit den wichtigsten Themen der Zukunft beschäftigt. Ich bin Michael Kramp und freue mich sehr, euch heute durch den ersten Teil einer sehr spannenden Doppel-Episode zu führen. In diesen zwei Folgen dreht sich alles um das Thema Longevity, also um das Thema Langlebigkeit. Es gibt zwei Gesprächspartner zu zwei Schwerpunkten. Heute im ersten Teil widmen wir uns dem Bereich Longevity Finance, also der finanziellen Dimension und den finanziellen Folgen der Langlebigkeit. Hier geht es darum, wie Investitionen, Märkte und Geschäftsmodelle sich auf eine Welt einstellen, in der Menschen länger leben und vor allem auch länger gesund bleiben. Und im zweiten Teil der Doppel-Episode werden wir uns dann mehr den gesundheitlichen Aspekten von Longevity widmen. Mein erster Gast sitzt mir hier in Zürich gegenüber, Nadine Esposito. Nadine, herzlich Willkommen zum Future Talk. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nadine, vielleicht magst du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen, was du beruflich magst und uns auch erzählen, wie du denn auf das Thema Longevity aufmerksam geworden bist und welche Aspekte dich denn da besonders faszinieren. Gerne, Michael. Also ich bin aktuell Head Risk and Investment Control bei Redicant. Das ist eine vollkommen digitale Nachhaltigkeitsbank in der Schweiz. Und in diesem Bereich kann man auch gerade sagen, dass natürlich Langlebigkeit und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verknüpft und sind im Prinzip die zwei Seiten von der gleichen Münze, kann man so sagen. Wie ich den Einstieg ins Thema Longevity gefunden habe, ich denke, ich befasse mich mit dem Thema schon länger, wie es den Ausdruck offiziell so gibt. Nein, ich war einer der Ersten, welche sich mit der Blue Zone Diet befasst hatte, als diese publiziert wurde. Schon länger die Faszination von auch Biohacking und den Methoden. Aber je länger, je mehr habe ich dann auch gesehen, was für interessante Aspekte es hat auch im finanziellen Bereich. Mein Hintergrund als Bankerin habe ich dann schnell mal auch Parallelen gesehen zwischen dem Finanzwissen und wie man auch seine Finanzen verwaltet und wie man die Gesundheit angehen kann. Und dann generell auch spannende Fragestellungen, welche sich immer mehr unsere Wirtschaft stellen wird oder stellen muss, ist, was passiert, wenn die Bevölkerung altert und immer mehr Leute höheres Alter haben, respektive auch länger leben. Genau, auf die gesellschaftlichen Aspekte gehen wir später auch noch kurz ein. Also Longevity, wie du zurecht gesagt hast, ist ja derzeit wirklich ein großes Thema. Manche sagen auch ein Hype in vielen Bereichen, von der Wissenschaft bis hin zur Wirtschaft. Auch bei Investoren herrscht ja eine gewisse Goldgräberstimmung. Ich glaube, die Investitionen in Longevity-Startups haben sich in den letzten Jahren stark erhöht und auch mehr und mehr Venture-Capital-Firmen haben einen Longevity-Fokus. Aber erklär doch mal zuerst bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was man genau unter Longevity versteht, weil häufig existieren zwei Erklärungen und eigentlich nur eine beschreibt es wirklich korrekt. Gerne. Also ich versuche es mal. Ich bin nicht Ärztin, muss ich jetzt schon mal so als Disclaimer bringen, aber als Risk-Managerin liebe ich auch Definitionen, weil es ist essentiell, dass man, wenn man vom gleichen Thema redet, man doch ein gemeinschaftliches Verständnis hat, von was man im Prinzip redet. Und bei Longevity gibt es die zwei verschiedenen Streams, wie du angetönt hast, Michael. Das ist einerseits mal Longevity per Definition, das Längerleben, also die Lebensspanne im Fokus. Und dann gibt es auch von der Geroscience her den Fokus auf den Health-Span, respektive Gesundheitsspanne auf Deutsch. Und die Lebensspanne setzt sich aus der Gesundheitsspanne und dem SIG-Span, sprich Krankheitsspanne zusammen. Und das bedeutet, der Health-Span sind die Jahre, welche man in relativ oder guter Gesundheit verbringt, bevor dann die altersbedingten chronischen Krankheiten einsetzen. Das sei jetzt Diabetes 2, Herzkrankheiten, auch Alzheimer. Das sind einfach die altersbedingten Krankheiten, die ab einem spezifischen Zeitpunkt einsetzen. Und dann setzt der SIG-Span ein, welcher doch aktuell rund 10 bis 12 Prozent der ganzen Lebensspanne ausmacht. Und der Fokus von vielen von diesen doch dominanten Figuren wie auch Brian Johnson mit Multimillionen Investments pro Jahr fokussiert sehr stark auf diese Lebensverlängerung. Und in die Praktiken und die Kliniken mehr und generell auch eher so die Geroscience fokussiert sich mehr auf die Verlängerung dieses Health-Spans, respektive der Gesundheit. Dass man diese Zeit, wo man in schlechter Gesundheit ist, möglichst reduziert und möglichst lange guter Gesundheit ist und nicht so stark den Fokus darauf hat, länger zu leben. Und das ist ein doch relevanter Unterschied. Genau. Und wir fokussieren uns vor allen Dingen auf diesen letzteren Teil. Und auch im zweiten Teil meines Gesprächs mit meinem anderen Gast wird es genauso sein. Also auf das Thema dieses SIG-Span, also die Spanne, wo man krank ist, zu reduzieren. Ich habe auch ein paar Zahlen nachgeschaut für Deutschland und die Schweiz, wo ja die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in der Schweiz ein bisschen höher als in Deutschland, aber relativ ähnlich mit 83 Jahren und 82 Jahren in Deutschland. Frauen leben fünf Jahre im Schnitt länger als die Männer. Und dann eben diese Spanne mit gesundheitlichen Einschränkungen. Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Natürlich habe ich jetzt etwas von 15 Prozent gefunden. Du meinst, 10 bis 12 Prozent ist ja schon relativ lang. Aber es gibt auch spannende Unterschiede bei den Geschlechtern, was diese Gesundheits- oder Krankheitsspanne gibt. Interessanterweise ist etwa der Prozentsatz gleich. Aber dadurch, dass die Frauen länger leben, ist dieser SIG-Span auch länger. Und es hat unter anderem auch noch damit zu tun, dass der weibliche Alterungsprozess hat einen ganz starken Punkt, wo es dann sehr rapide abwärts geht. Und das ist das Eintreten der Menopause. Die hormonellen Veränderungen leiten sehr stark den Alterungsprozess ein. Man hat jetzt auch kürzliche Studien herausgefunden, dass es per se zwei ziemlich dominante Altersschritte gibt. Das eine zwischen 40 und 44 und der zweite dann mit 60 bis 65, wo rapide Alterungsschritte eintreten. Aber bei den Frauen generell ist es die Menopause. Und deswegen sind dann auch so Thematiken wie Hormonersatztherapien aus gerade Longevity-Perspektive sehr interessant, weil damit kann man diesen körperlichen oder diesen Alterungsprozess etwas herauszögern und somit die Gesundheitsspanne der Frauen verlängern. Jetzt haben wir in den letzten Jahrzehnten einen enormen medizinischen Fortschritt gesehen und mehr wird sicherlich noch kommen. Warum verbringen wir dann immer noch so einen großen Teil doch in eher schlechter Gesundheit? Also als ich diese Durchschnittszahlen das erste Mal gelesen habe, war ich doch fast schon schockiert, muss ich sagen. Gibt es dafür Erklärungen? Es hat sicher viel mit unserem aktuellen Lebensstil zu tun. Wir sind viel zu sedentär, wir bewegen uns zu wenig, wir essen das Falsche, wir sind gestresst. Diese Volkskrankheiten, wie man sagt. Genau. Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und wenn man nach Amerika schaut, eben, ich bin kein Arzt, aber sechs bis neun Personen aus zehn Personen sind metabolisch krank. Sprich also das Thema Übergewicht, Diabetes, Insulinresistenz. Das sind einfach erschütternde Zahlen. In Europa ist etwas besser, aber diese läuten dann den Alterungsprozess, respektive die chronischen altersbedingten Krankheiten, läuten diese sehr, sehr früh ein. Und es ist, ich möchte jetzt, ja, etwas unsexy, was man im Prinzip als gesunden Lebensstil würde betitulieren, ist, was Oma immer gepredigt hat. Das ist früh ins Bett, viel Sport, gut essen, frische Luft und ja, kein Handy hat sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber doch, es ist wirklich, also, wir haben uns sehr distanziert von einem gesunden Lebensstil. Genau, viel Schlaf ist wichtig, darum tragen wir beide einen Schlaftracker hier an. Wir wissen, dass es wichtig ist. Jetzt kommen wir doch mal zu Longevity Finance. Erklären es doch nochmal, ich habe es vorhin ein bisschen, sehr oberflächlich, ich weiß, versucht zu erklären, aber um was geht es denn wirklich in Longevity Finance? Longevity Finance kann man sagen, hat mehrere Säulen. Der eine Säule ist, dass es sich befasst mit Bankprodukten oder Lösungen, welche die Finanzindustrie, respektive auch die Versicherungsindustrie, entwickelt, entwickeln wird, entwickeln muss, zum die Leute unterstützen, älter zu werden, respektive auch eine alternde Bevölkerung adäquat zu unterstützen. Sei es jetzt auch Pensionskassensicherung, Altersarmut vorbeugen. Aber bis hin auch zu unterschiedlicher digitaler Affinität. Wir sind in einer Welt, wo immer mehr Banken sind komplett app-basiert, wie die Bank, in der ich arbeite. Wir haben aber Leute über 80, welche nicht digital affin sind. Wie gestaltet man dies inklusiv, wenn immer mehr Leute über 80 sind? Solche Fragestellungen ist eine Säule von Longevity Finance. Eine weitere Säule ist ein Thema, wo vielleicht auch noch mehr bereits kennen, ist das Thema Longevity Investing. Das ist die Investition in Start-ups und Firmen, die sich vor allem im Gesundheitsbereich mit Longevity befassen. Sei das Pharma, sei das eben diese Nahrungsergänzungsmittel. Dann aber auch durchaus der ganze Wellness-Sportbereich. Hotellerie fängt sich an zu interessieren für das Thema Gesundheitsferien. Das ist sicher auch ein Thema von Longevity Investing. Ein weiterer sehr, sehr spannender Punkt ist die Nachfolgeregelung. Wir sehen gerade besonders im KMU-Bereich sehr viele KMUs, welche die Nachfolge nicht gesichert ist. Viele der Besitzer überschreiten das Pensionsalter, würden gerne das Unternehmen abgeben an einen Nachfolger und finden keinen Nachfolger. Das per se klingt nicht so gravierend. Jedoch ist für viele dieser Personen ihre Pension im Unternehmen, sprich wenn sie das Unternehmen nicht erfolgreich weitergeben können, haben sie keine Pension. Das sind so grob drei Hauptsäulen. Ganz interessant, natürlich dann auch so versicherungstechnisch. Aber das kann man dann auch mit der ersten Säule von Produkten kombinieren. Jetzt auf die erste Säule nochmal zu gehen. Also viel geht ja rund um Altersvorsorge, wie die dann wirklich gestaltet ist, wenn ich jetzt länger gesund lebe und so weiter. Also es klingt so, dass die Banken sowas noch gar nicht anbieten oder noch nicht so einen Fokus haben, oder? Und an was liegt das? Frage ich jetzt die Bankerin hier. Also ich würde mal sagen, die Banken, welche sich mit dem UHNWI-Segment befassen, bei denen ist es schon länger offenbar da. Das sind die Ultrahainers Individual, können wahrscheinlich 99,9 Prozent unserer Zuhörer nicht dazu, aber der Rest? Ja, die Retail-Banken, wie man das so schön nennt, denke ich mal, bekommen jetzt mehr und mehr Appetit am Thema. Es ist natürlich aber auch sehr schwierig, weil es würde ein, und das sollte die Zukunft sein, ein hochpersonalisiertes Banking sein, respektive. Jeder altert anders, die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich und das ist etwas, vielleicht hole ich jetzt hier aus, aber generell hat man auch in allen Studien, ist es immer so 65 plus. Das ist eine homogene Masse und das stimmt überhaupt nicht. Die Bevölkerung über 65 ist genauso heterogen wie die Bevölkerung zwischen 0 bis 20. Also wenn man sagt, dass zwischen 65 bis 85 alles und ein Ansatz adäquat ist, stimmt das nicht. Man muss genauso divers dies angehen, wie wenn man Produkte und Lösungen sucht für die Menschen zwischen 0 bis 20. Es gibt Leute, die sind super fit mit 80 und es gibt Leute, die haben schon chronische Krankheiten, sind eingeschränkt mit 60. Und das braucht unterschiedliche Ansätze. Und das ist natürlich eine Herausforderung, aber auch eine Möglichkeit für ganz neue, innovative Produkte. Und ich bin der Meinung, dass gerade heute mit der modernen Technologie, sei es jetzt artificial, also künstliche Intelligenz, sei es mit Big Data, dass man hier einen Grad der Personalisierung erreichen kann in Zukunft, welcher sehr, sehr spannend ist. Ist dann natürlich aber auch immer eine Kostenfrage und gerade wenn man jetzt im Kleinkundensegment ist, ist bisher diese Personalisierung noch nicht möglich, absolut, auch sehr teuer. Aber dennoch denke ich, ist es auch relevant, dass jeder Einzelne hier etwas mehr Eigenverantwortung wieder übernimmt. Und deswegen habe ich auch den Begriff von Longevity Literacy respektive das Wissen, was mit Langlebigkeit alles verbunden ist, mag ich sehr gern. Nämlich, dass jeder selbst bewusst ist, dass er seine Pension in Angriff nimmt, sich selbst Gedanken macht und proaktiv das Gespräch mit der Bank sucht, dass man dies vielleicht überdenken kann respektive Lösungen finden kann. Also die finanzielle Planung ist wichtig, kann es nur aus eigener Erfahrung, wenn ich mich mit Finanzberatern unterhalte, verstehen. Es wird häufig dann ab 65 einfach alles gleich angenommen, geht so irgendwie weiter, dann macht man eine Cashflow-Betrachtung vielleicht bis 80 oder 85. Ich habe es mir bis 95 gemacht und war schockiert, wie viel Geld ich eigentlich brauche, weil die Gesundheitskosten kommen ja noch dazu. Klar leben wir jetzt hier in einem Land, wo noch relativ viel abgedeckt wird, aber ob es dann noch so in einigen Jahren der Fall sein wird, ist fraglich. Wie verändert sich nun die finanzielle Planung, wenn wir von einer, sage ich mal, traditionellen Altersfolge hin zu einer, sage ich mal, umfassenden Langlebigkeitsplanung übergehen? Gibt es da besondere Herausforderungen oder Chancen, aufgrund dieser, wenn ich jetzt mal annehme, ich habe diese längere Lebensspanne auch gesünder? Was ändert sich bei der Planung eigentlich? Das ist vielschichtig, aber per se ist die Fragestellung, und das ist ein sensitives Thema, und Datenschützer, welche jetzt zuhören, haben dann wahrscheinlich so lauter rote Red Flags, so schön gesagt. Aber sehr, sehr relevant für eine wirklich gute Pensionsplanung aufs Alter hin ist das Wissen um den Gesundheitsstatus. Finanzleute oder finanzaffine Zuhörer, wenn ich sage so Investment Horizon, so ist das Stichwort, gerade eine Person, die, wenn man, sagen wir Stichpunkt 65, eintreten, Pensionsalter, geht man zur Bank. Und da hat man jetzt den Risikoprofil, und dann normalerweise wird er auch nach dem Alter gefragt, weil das Alter hat dann hinterlegt, so plus, minus, noch zehn Jahre Investitionshorizont, und dann wird entsprechend auch die Anlagestrategie entwickelt. Jetzt haben wir aber heute Leute, die mit 65 topfit sind, noch weiter arbeiten werden, ein Leben vor sich haben bis rund um die 90. Das ist ein anderer Anlagehorizont wie jemand, der bereits relativ krank ist mit 65. Sprich, der aktuelle Gesundheitsstatus hat sehr, sehr grossen Einfluss, wie diese Planung angegangen werden muss. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, wie auch die Pflege aussehen sollte im Alter. Wenn es jemand ist, der sich sagt, ich möchte 24 Stunden daheim betreut sein von Krankenpfleger, sind das andere Kosten, welche man hat, wie wenn man sagt, man möchte in ein Altersheim gehen. Oder das ganz andere Extrem ist natürlich Exit, wenn man sagt, man möchte gar keine Pflege. Und das sind Ansprüche an liquide Mittel im Alter, welche dann natürlich einen Investitionsentscheid sehr stark beeinflussen. Sprich, man muss vielleicht Ferienwohnungen verkaufen, man muss sich überlegen, welche von, wenn man mehrere Wohnungen besitzt, wo wohnt man noch? Auch macht es vielleicht Sinn, gewisse Eigentümer oder Ferienwohnungen, gerade in der Schweiz, Ferienwohnungen eben so ein Thema, dass man die Wohnung im Engadin verkauft und die Wohnung in der Stadt noch behält. Das ist sicher so ein Thema dann sehr sensitiv, weil dann sind dann auch oft die Erben noch betroffen und haben dann auch noch so ihre Meinung, wie es aussieht, wie das Elternteil gepflegt werden soll. Das ist ein sehr, sehr sensitives Thema. Und dann eben auch so Thema Gesundheitskosten. Also man weiss, dass, wenn man sich anschaut, wofür man das Geld ausgibt, dass aufs Alter hin die Reisen abnehmen, auch nicht mehr so viel teure Abendessen, weniger Kleider, aber die Gesundheitskosten und die Kosten für, sei es Ärzte, sei es dann auch Reha, nimmt zu. Und der beste Weg zu diesem natürlich reduzieren ist dann so früh wie möglich mit Präventivmassnahmen beginnen. Sprich, also jedes Geld, das man investiert in seine Gesundheit in jungen Jahren, hat auch einen Return on Investment in höherem Alter. Also es ist ein ganz anderes Angehen und Umdenken, wie man die Finanzplanung macht. Also dass ich wirklich aufgrund der Tatsache oder Hoffnung, wenn ich wirklich in meine Gesundheit rechtzeitig investiere, eine geringere Krankheitsspanne habe, im Endeffekt auch meine finanziellen Mittel länger halten. Und ich glaube, Pflegekosten unterschätzen fast alle. Da kenne ich Beispiele, die haben den ganzen Finanzplan zerschossen, wenn sowas relativ früh stattfindet. Das ist richtig. Du hast vorhin schon diesen Bildungsaspekt ein bisschen angesprochen. Vielleicht nochmal, warum ist es wichtig, dass Menschen auch so diese, sage ich mal, finanzielle Langlebigkeitskompetenzen entwickeln? Und vor allen Dingen, wie sollen sie das entwickeln? Indem sie hier zuhören natürlich, aber das ist natürlich auch nur ein kleinerer Teil. Was ist die große Hoffnung? Kommt das bei den Ärzten bereits an? Frage ich sicherlich meine, unsere zweite Gesprächspartnerin, die ja Ärztin ist auch. Aber was hast du für ein Gefühl? Oder kommt das jetzt bei der Finanzplanung schon bei Kunden an? Oder stehen wir da erst am Anfang? Sehr, sehr spannende Frage. Und da denke ich mal, es kommt darauf an, die Antwort. Also ich bin nicht Juristin. Wenn ich mich mit Leuten aus der Finanzindustrie unterhalte zum Thema, dann sagen sie alle, ja, aber es ist ja nichts Neues. Das machen wir ja schon ewig. Und das sind meistens doch sehr vermögende Wealthmanager. Sprich, sie befassen sich mit diesen personalisierten Beratungen schon sehr lange auseinander. Und für sie ist absolut klar, dass dann eben je nach Anlagehorizont der Anteil von Aktien abnimmt, respektive etwas sicheren Anlagen zunimmt. Was mich absolut erstaunt ist, gerade wenn ich so Richtung Gesundheitsindustrie gehe, wie wenig Wissen um Anlegen und Investieren vorhanden ist, respektive die Blicke, welche ich bekommen habe, wenn ich darüber gesprochen habe, was die Zusammenhänge zwischen Langlebigkeit und Finanzindustrie sind, die waren sehr erstaunlich, von sogar Longevity-Ärzten. Und ich denke, das Finanzwissen generell, das Financial Literacy ist die Terminologie, welche immer mehr akkursiert ist. Je früher, desto besser. Aber ich denke mal, absolut relevant für alle Personen, nur 40 aufwärts, dass sie sich mit dem Thema befassen. Und es hat mehrere Aspekte, warum ich denke, dass es auch gerade so relevant ist, dass jeder sich selbst damit befasst und auseinandersetzt ist. Weil wenn man das Gefühl hat, man hat seine eigenen Finanzen und Gesundheit unter Kontrolle, ist das auch sehr stärkend und selbstwertfördernd. Was wieder für die Langlebigkeit sehr positiv ist. Das Thema Empowerment, das ist sehr relevant. Und deswegen würde ich es nicht auslagern und sagen, die Banken sollen sich jetzt darum kümmern, sondern ich würde sagen, natürlich, die Banken sollten Hilfestellung leisten, Produkte entwickeln und vielleicht fokussieren auch auf das Thema Wissensvermittlung und die Leute darin unterstützen. Und dann auch abholen und nicht irgendwie dann zurücklassen, wenn der Kunde wirklich Interesse daran hat. Lass uns doch zum letzten Thema Technologie und Innovation noch kommen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen was dazu erwähnt. Wie können denn so moderne Technologien in der Finanz- und Gesundheitsbranche quasi eine Brücke schlagen, um auch eine individuellere und bessere Strategie für ein langes, ungesundes Leben zu entwickeln? Gerne. Also ich würde mal sagen, das stecken wir noch in den Kinderschuhen bei dem Thema. Da fallen mir aber gerade zwei Beispiele ein. Das erste ist für die deutschen Zuhörer schon spezifisch diese Fintech namens Brücke. Sie sind spezialisiert auf das Kundensegment 50 und aufwärts und jetzt wirklich auch auf 80 und aufwärts, sei es auch Menschen mit schon Alzheimer, Demenz. Und Sie haben spannende Ansätze in Ihrem App. Sprich, es ist ja alles einfacher gestaltet. Die Bedienung ist einfacher bis hin auch zu, dass Transaktionen von einem Vormund abgesegnet werden müssen, bevor sie ausgeführt werden. Sie haben eine grosse Sektion an Bildung, an Finanzwissen, Vermittlung und dann auch Schutz gegen Cyberattacken, weil doch leider das ältere Zielpublikum ist immer mehr und immer noch Zielsegment für Cyberangriffe, weil sie dann doch oft leider auf Links klicken oder Geld einzahlen, weil sie noch nicht diese Wissen oder diese Awareness haben zum Thema. Ein weiteres Beispiel, wo ich es sehr spannend finde, ich möchte aber jetzt keine Werbung machen, ist in den USA, ist eine Lebensversicherungsgesellschaft, welche jetzt aktuell schon so einen biologischen Altertest, dieses Epigenetik-Test anbieten. Und der nächste Schritt wird dann dort sein, dass man die Versicherungsprämie ans biologische Alter knüpft. Und es ist natürlich sehr spannend, aber sehr riskant auch. Genau, also wenn ich einen Test mache und plötzlich kommt er aus, ich bin fünf Jahre älter, wird es teurer für mich, oder? Und wenn das Gegenteil herauskommt, gut, man sollte dann erstmal einen Test privat machen vielleicht, um zu wissen, in welche Richtung es geht. Alles klar, nicht spannende Themen und ich glaube, da gibt es mehr und mehr Beispiele, die in den nächsten Jahren kommen werden. Jetzt hätte ich doch noch eine Frage bezüglich gesellschaftlicher Auswirkungen. Was sind denn so, was glaubst du an die langfristigen Vorteile beim Thema Langleblichkeit, auch aus Sicht des Staats, des Steuerzahlers? Da sind wir natürlich sehr schnell bei den Gesundheitsausgaben. Also glaubst du daran, dass wir wirklich die Gesundheitskosten senken könnten, wenn wir wirklich dieses Langlebigkeitskonzept umsetzen können und mehr und mehr Leute eine längere Zeit gesund sein werden? Oder kommen diese kranken Jahre dann einfach hinten dran, weil wir älter werden? Also, dass man die Gesundheitskosten senken könnte, wenn man sehr früh mit Präventivmassnahmen beginnt, das denke ich nicht nur, die Studien belegen es auch. Da gibt es die Studien mit signifikanten Reduktionen an Kosten. Was man nicht weiss, ist, ob, wenn man mit all diesen Massnahmen, wo man jetzt immer mehr herausfindet und all diesen Nahrungsergänzungsmitteln, ob dann die Gesundheitsspanne verlängert wird, aber dann der Abfall ganz rapide und stark ist. Das weiss man noch nicht. Ob es dann auch einen sanften Abfall gibt oder einen ganzen rapid starken, wo dann auch sehr hohe Kosten mit sich hätte. Das weiss man noch nicht. Aber das wird ja im nächsten Podcast oder im gesundheitsfokussierten Podcast näher angeschaut, ist, dass viele von dem Wissen oder von den Studien, wo man aktuell hat, sind bisher mit Mäusen oder mit Männern zwischen 20 bis 30. Also die Studienlage wirklich zu viele von den Interventionen ist noch sehr, sehr dünn. Man kann sagen, gerade was Sport und Schlaf betrifft, das ist solide, aber alles andere kontrovers unter den Ärzten. Was aber natürlich Fakt ist, und da kann man einfach die Zahlen anschauen, ist, dass unsere Bevölkerung respektive der demografische Wandel, der findet statt. Die Bevölkerung werden älter und damit all die damit verbundenen Kosten. Das ist einfach, da muss man einfach nur die Statistiken anschauen und das kommt auf uns zu. Ich denke mal, es ist auch sehr, sehr spannend, gerade das Präventive auch, wenn man sagt, wir müssen unser Pensionskassenalter erhöhen, sagt es auf 70 oder 75, zum noch irgendwie können unsere Pensionskassensysteme stärken. In Deutschland ist man ja schon auf 67, aber in der Schweiz dauert es ja ein bisschen. Noch ein bisschen, aber wenn wir jetzt eben von 70 bis sogar 75 reden, oder dass die Leute generell länger arbeiten, für das muss man auch gesund sein. Und dementsprechend wäre es auch aus diesem Aspekt natürlich absolut wichtig, dass man so früh wie möglich mit präventiver Gesundheit beginnt, damit die Leute überhaupt länger arbeiten können. Aber damit das in der breiten Masse wirklich Unterstützung findet, respektive die Leute, sich auch die entsprechende Unterstützung holen können, müsste es oder muss es von der Krankenkasse inkludiert werden in die Grundversicherung. Genau, um es in die Breite wirklich anwenden zu können. Ist schon fast ein sehr guter Abschluss. Du hast in einem guten Artikel, den wir auch verlinken in den Shownotes, propagierst du so einen holistischen Ansatz, um alle Aspekte der Gesundheit und des finanziellen Wohlergehens zu integrieren. Kannst du nochmal kurz die vier Punkte sagen? Den ersten hatten wir ja jetzt zum Schluss gerade, also wirklich die Förderung von vorbeugenden Gesundheitsmaßnahmen. Also holistische Longevity ist man sicher die physische Gesundheit, was viele Leute denken, der einzige Faktor ist von Langlebigkeit. Dann die psychische Gesundheit ist extrem relevant. Stress hat so viele negative Aspekte für die Gesundheit. Die soziale Gesundheit, man weiss immer mehr, wie wichtig es ist, dass man ein starkes soziales Netzwerk und Bände mit der Familie hat. Das ist natürlich schnell beim Thema Einsamkeit. Genau, sehr grosses Thema, sehr grosses Thema. Dann kommt sogar auch noch die spirituelle Gesundheit, wodurch aber auch dann viel mit Purpose und dass man dem Ganzen einen Sinn gibt. Und dann auch die fünfte Säule ist die finanzielle Gesundheit. Und ich sage immer, die Gesundheit respektive der Alterungsbrot und das gesunde Altern ist so stark oder kann man so gut erreichen wie die schwächste von den fünf Säulen. Und an der sollte man dann als erstes arbeiten. Liebe Nadine, ganz herzlichen Dank für dieses sehr informative und inspirierende Gespräch. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden weiterführende Informationen zu dir, aber auch zu Artikeln, die du publiziert hast in den Shownotes. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, sowohl beruflich als auch privat. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Schon bald schalten wir den zweiten Teil zum Thema Longevity auf diesem Kanal live. Dann geht es um die gesundheitliche Komponente. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und gesunde Zeit. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen und hinterlasst uns eine Bewertung. Und um keine Episode mehr zu verpassen, abonniert doch unseren Podcast. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Bis bald. Bis bald.